Hallo zusammen, mein Name ist Michel und ich bin im dritten Lehrjahr als Applikationsentwicklerin. Und ich bin Jonas im dritten Lehrjahr als Systemtechnik. Im Kanton Aargau arbeiten über 5000 Mitarbeitende und über 160 Lernende an ganz verschiedenen Standorten. Und genau so einen Standort zeigen wir euch heute. Kommen doch mit! Als Applikationsentwicklerin ist meine Hauptaufgabe das Programmieren für Software. In der Ausbildung befassen wir es mit vielen verschiedenen Technologien und Programmiersprachen. In den ersten zwei Jahren als Informatiker ist man in einer Lehrlingswerkstatt, in der man individuell gefördert wird und sich Grundkenntnisse aneignen kann. Neben den Arbeiten am Computer weiss ich auch, wie ein Server aufgebaut und gewartet wird. In der Informatikausbildung eignest du dir selbstständiges Wissen an. Dazu braucht man ein gewisses Flair für Technik und Freude am täglichen Arbeiten am Computer. Als Informatiker wird man immer wichtiger und darum ist es ein Beruf mit Zukunft. Jetzt habt ihr einen Einblick an unseren Berufsalltag als Informatiklern-Tipp im Kanton Aargau bekommen. Wenn es euch Spass gemacht hat, dann bewerbt euch jetzt. Denn Menschen machen Zukunft und du bist ein Teil davon. Also redet euch dann weiter. Und dann ist es ein Breat gefährlich machen. Wir haben einen úter Moment. Untertitelung des ZDF, 2020